Jalla heißt für uns LOS! Jalla Meri, das ist uns schon fertig. Vor mich, Jalla ist... Was bedeutet Jalla für dich? Jalla bedeutet zum Beispiel, ich habe eine Freundin und er hat einen Termin und ich habe keine Zeit. Und er sagt mich, Jalla, Jalla, Jalla bedeutet schnell. Was bedeutet Jalla für dich? Also Jalla bedeutet so, los geht's, oder so, auf period, только auf period. Jalla means to me to start something interesting and learn something new. Was bedeutet Jalla für dich? Jalla bedeutet, dass wenn man einen Termin hat, dann muss man schnell losgehen und dann hat man keine Zeit und sagt, Jalla, Jalla, lass uns schnell losgehen. Hi! Jalla means to me a place where I can make new friends. Jalla bedeutet für mich, was Neues anfangen und kennenlernen. Jalla ist ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Vielen Dank.